heute mit luca am start und zwar ihr habt einfach auf dieses glatt zu schneiden video quasi schon haare nachgewachsen bei mir auch haare nachgewachsen egal auf jeden fall dings wir haben ja gesagt also er beim video gesagt was 700 aufrufe schon über 700 aufrufe hat es viel zu krank digga und dreimal steigst glaube ich allerdings hat er gesagt mit 20 likes erzählte die story wie hier zwei resten im kopf bekommen und ja dann erzählte das euch jetzt also ja also es war auf jeden fall so ist ja ein bisschen halt an den heißen und danach sind wir halt so gelaufen so an den namen weißen platz lang noch keine haben die ganze so fax gemacht und ich bin dann so gegen seinen armen geboxt aus spaß war erst dann hinterher gerannt und nach bin ich so eine gaste reingang und hinter mir waren halt so eine stufe und da dahinter hinter der stufe also so viel abstand war direkt gewandt danach hat er mich so geschockt ich bin so nach hinten geflogen über die stufe hingefallen und habe vorher mein kopf gegen die wand gehauen der ist also so der so gelaufen ich habe ihn geschockt ich wollte es gar nicht auf einmal da unter ihm war so eine stufe so der klatscht so nach hinten und genau so fliegt er mit kopf gegen wand noch einmal zwei risse kann man ja danach habe ich erst mal weg vor augen gehabt also ich bin erstmal über die straße gelaufen hat mich erst mal eingesetzt oder so kurz übel ich hoffe alles sie konnte nicht mehr da hat irgend mal ein krankenwagen gerufen auf jeden fall da war ich im krankenhaus nach kam raus ist so leicht geschehen die wollten sich erst noch zwei tage da behalten zu beobachtung aber ich bin einfach gegangen der ist ausländer aber auf jeden fall ok ich hoffe ich hat das video gefallen und nein spaß dort sind du gerade verkackt auf jeden fall ja das war es also also so hatte er sich den grisschen in die zweiköpfe eingefangen und scheiß und ja es war auch nicht meine absicht und so und wäre nett wenn ihr ein like da lassen würdet und kostenlosen ab ja ab jetzt nämlich bringe ich jede woche ein video also ich streng mich an dass ich schaffe und vielleicht sogar auch zwei in der woche wenn ihr wollt und wenn ihr das unbedingt wollt dann schreibt es in den kommentaren und lasst einen like da unten da würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao